Im nächsten Abschnitt geht es um Formalisierung. Es gibt nämlich seit ungefähr 200 Jahren ein Wunschziel, das der mathematischen Umgangssprache eigentlich zuwiderläuft, nämlich die Mathematik vollständig zu formalisieren, alle Worte aus der Mathematik zu verbannen. Es ist nur eine Zielvorstellung von vielen. Die meisten Mathematikerinnen und Mathematiker haben ganz andere Prioritäten. Aber zum Selbstverständnis der Mathematik gehört es schon, dass im Prinzip jeder einzelne Beweis als eine Folge strengt logischer Schlüsse dargestellt werden kann. Und um das über jeden Verdacht hin deutlich zu machen, haben sich viele daran gemacht, ihre Texte zu formalisieren und von den Ungenauigkeiten, die sie jeder natürlichen Sprache anhaften, zu befreien. Die meisten Beweise bestehen ja aus zahlreichen Einzelschritten, wobei jeder dieser Schritte ein ganz einfacher, logischer Schluss ist. Da ist es naheliegend, diese Struktur so deutlich zu machen, dass jeder dieser Schritte ganz mechanisch überprüft werden kann, ohne viel Nachdenken. Dabei war mechanisch zunächst als Metapher gemeint, außer vielleicht von einigen Visionären, so wie Charles Babbage und wie Ada Loveless, die Tochter übrigens von Lord Byron. Die beiden taten sich um 1840 herum tatsächlich daran, so eine Maschine zu bauen. Diese Apparatur, genannt Analytical Engine, war ihrer Aufgabe leider aus mechanischen Gründen nicht gewachsen. Aber parallel dazu entstand in der Mitte des 19. Jahrhunderts durch den Briten George Poole die Algebra der Logik. Und der hundert Jahre nach Poole geborene Amerikaner Claude Shannon hat dann erkannt, dass Pools logische Operatoren in elektrische Schaltkreise übersetzt werden können. Das beschrieb Shannon in seiner Masterarbeit wie einen zu einem entscheidenden Schritt ins Computerzeiten. Aber es brauchte seine Zeit, bis die Elektrotechnik soweit war. Und die Mathematiker, die waren schon vorgeprescht und konstruierten abstrakte Sprachen, ohne an eine technische Implementierung zu denken. Also dieser formale Zugang hat einen vorläufigen Höhepunkt erreicht in den Arbeiten von Gottlob Frege, so um 1900 herum. Also Frege wollte alle Mathematik auf Logik zurückführen. Regers Bezeichnungsweisen waren äußerst kompliziert, sind im Wesentlichen mit ihm gestorben. Viel praktischer war die Notation des Italieners Giuseppe Piano, die Bertrand Russell dann übernahm und die sich mit kleinen Änderungen durchgesetzt hat. Also berühmt ist etwa die Seite 362 vom zweiten Band der Principia Mathematica, also dem epochalen Buch des Mathematikers Alan Whitehead und des Philosophen Bertrand Russell. Alle Seiten dieses Buches schauen ungefähr so aus wie diese, aber hier auf dieser Seite wird gerade bewiesen, dass 1 plus 1, 2 ist. Ein Blick auf einen zeitgenössischen formalisierten Text zeigt, dass sich seit dem Prinzip der Mathematiker nicht viel geändert hat. Man kommt mit einer formalisierten Sprache von sehr wenig Zeichen aus. Ein Dutzend reicht ohne weiteres. Eine mathematische Aussage kann demnach als eine gewisse Aneinanderreihung von diesen Symbolen aufgefasst werden. Und ein Beweis als ein Text, bei dem jede Zeile nach gewissen ganz einfachen Regeln aus den Zeilen davor abgeleitet wird. Das sind Regeln, die jeder Computer mühelos überprüfen kann. Also die Schreibweise, die wir hier sehen, die ist fast schon maschinengerät. Und diese Formalisierung erlaubt es, Beweise tatsächlich mechanisch zu überprüfen. Zunächst war das eine grundsätzliche Behauptung ohne praktische Auswirkungen. Aber seit vielleicht 40 Jahren gibt es tatsächlich Programme, die Beweise, sofern sie hinlegend präzise sind, nach allen Regeln der Kunst formalisieren und überprüfen können. Sogenannte Theorem Verifiers, wie etwa Metamatt. Diese Theorem Verifiers werden allerdings relativ selten verwendet. Der Grund ist, Mathematikerinnen und Mathematiker wollen ja die Beweise verstehen. Und da helfen Verifiers wenig. Und es ist zwar wichtig, Fehler in Beweisen zu finden, es kommt öfter vor, als man glaubt, aber die meisten aus unserer Zunft denken sich, entweder ist das Resultat so unbedeutend, dass es niemanden interessiert, dann ist es auch nicht sehr wichtig oder falsch. Oder aber das Resultat ist bedeutsam. Dann werden sich andere Mathematikerinnen und Mathematiker damit befassen. Und dann kommt bestimmt einer auf den Fehler drauf. Das ist vielleicht etwas zu lässig gedacht, aber es ist doch immerhin pragmatisch. Übrigens ist es eine Heidenarbeit, einen normalen Beweis für einen Theorem Verifier aufzubereiten. Typischerweise braucht es da für eine Seite mathematischen Textes ungefähr eine Woche. Und der Grund ist, in den üblichen mathematischen Texten, da steht so viel zwischen den Zeilen. Die Verfasser verlassen sich darauf, dass dieser Kontext beim Lesen mitgedacht wird. Zum Beispiel, ob mit dem Symbol 2 eine natürliche Zahl oder eine reelle Zahl oder eine komplexe Zahl gemeint ist, das versteht sich mühelos aus dem Kontext. Aber für die Formalisierung ist es jedes Mal ein ganz anderes Objekt. Die mathematischen Texte erlauben sich also eine gewisse Schlamperei. Abuse of Notation, wie es so schön heißt. Und die zu beseitigen, führt zu entsetzlichen und unverdaulichen Aussagen. Einen Schritt weiter als der Theorem Verifier geht der Theorem Prover. Der soll sogar Beweise selbst finden und kann es auch manchmal, obwohl die bisher besten Leistungen noch nicht weltbewegend sind. Es gibt bereits eine ganze Reihe von sogenannten interaktiven Serum Provers, mit so schönen Namen wie Koch oder Isabelle oder Mizar und so weiter. Sie werden selten verwendet, zum Teil, was so schwierig ist, mit ihnen umzugehen. Das Einarbeiten in diese Serum Provers dauert Jahre. Etwas anderes sind die Assistenzeinsätze von Automated Reasoning. Hier ungeheuer komplizierte Beweise, von denen man nicht völlig sicher war, ob sie stimmen. Ein Beispiel ist der Beweis von Tom Hales für die Keplersche Vermutung. Nämlich, dass die dichteste Lagerung von gleich großen Kugeln im Raum jene ist, die einem sofort in den Sinn kommt. Staple Schicht um Schicht, innerhalb jeder Schicht berührt jede Kugel sechs andere und bei der nächsten Schicht wird jede Kugel zwischen drei Kugeln von der unteren Schicht platziert. Es ist anschaulich ziemlich evident, dass man nicht enger packen kann. Es wird in jedem Hopsstand und so zum Einsatz kommen. Aber der Beweis, der ließ 300 Jahre auf sich warten und war entsetzlich kompliziert. Und Teams von Gutachtern haben ihn überprüft und sind nach jahrelanger Arbeit zum Ergebnis gekommen. Ja, das ist wahrscheinlich richtig, aber ganz sicher kann man nicht sein. Daraufhin hat Tom Hales wieder in vieljähriger Arbeit ein Programm geschrieben, das jeden einzelnen Schritt des Beweises überprüfte. Also hier ging es darum, eine von Menschen erdachte Beweisstrategie mit ungeheuer vielen Fallunterscheidungen tatsächlich durchzunehmen. Es gibt ähnliche und sogar noch komplexere Fälle, die in der Algebra auftreten. In manchen Fällen umfasst ein Beweis viele Hunderte, Tausende Seiten. Nur durch Arbeitsteilung können solche Aufgaben gelöst werden. Kein menschliches Hirn kann da alle Details nachprüfen. Also Serum Verifiers, die können es. In jedem Fall geht man bei Serum Proving und Serum Verification von einem völlig formalisierten Text aus, also einer Übersetzung aus der üblichen, durch Menschen lesbaren mathematischen Sprache in formalisierte Texte, die maschinenlesbar sind. Und so stellt sich die Aufgabe, ob auch diese Übersetzung automatisiert werden kann. Und daneben gibt es noch die umgekehrte Aufgabe, nämlich den formalisierten Beweis in eine für die Mathematikerzunft verdauliche Form zurückzuübersetzen, sodass man verstehen kann, was da vor sich geht. Und auch hier gibt es erstaunliche Fortschritte. Etwa durch ein Programm, das der Mathematiker Tim Gauers mit einigen Mitarbeitern entwickelt hat. Tatsächlich, der Text, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe, da steht im Uwebild einer offenen Menge, ist offen. Das ist so ein Text. Dieser Text ist der Output eines Automated Serum Provers, der jetzt human-oriented statt machine-oriented ist. Blindtests haben gezeigt, dass Mathematikerinnen und Mathematiker nicht erkennen können, dass hier künstliche Intelligenz am Werk war. Also das ist schon beeindruckend. Und manche direkt verstörend. Das endet doch nichts daran, dass eine formale Kette von Symbolen so wenig Mathematik ist, wie etwa eine Reihe von krank-korkunförmigen Not-Kurzeichen Musik ist. Mathematik ist eben nicht ein formales Spiel mit Zeichen, losgelöst vom Verständnis und Vorlesen und Vorstellungen. Mathematikerinnen und Mathematiker stellen sich natürlich unter ihren Begriffen etwas vor. Das sind selten so Sachen wie Tisch, Stuhl oder Bierglas. Sie denken selbstverständlich nicht in Ketten von Symbolen. Wir kommen also jetzt zur Semantik. Mathematiker denken in wohl definierten Begriffen, die zu erlernen Jahre verlangen. Also zum Beispiel weiß jeder Angehörige unserer Zukunft, was ein Hilbertraum ist. Fragt man danach, so kommt die Antwort, das ist ein Vektorraum mit einem inneren Produkt. Der Vektorraum ist vollständig. Jetzt kann man fragen, was ist ein Vektorraum? Was ist ein inneres Produkt? Was heißt vollständig? Da kommt zuerst die Präzision. Vollständig in Bezug auf die Metrik, die über die Norm durch das innere Produkt definiert wird. Also gut, was ist jetzt eine Norm? Was ist eine Metrik? Und danach kommt die Erklärung, was jetzt vollständig heißt. Und das heißt, dass jede Cauchy-Folge einen Grenzwert besitzt. Ja, aber was ist ein Grenzwert? Und was ist eine Cauchy-Folge? Hier hebt dann die Epsilon-Tiger Haupt und so weiter. Also das Spiel ist dann noch lange nicht zu Ende. Aber Sie sehen, worauf es hinausläuft. Die Begriffe der Mathematik beruhen auf anderen. Und die wieder auf anderen. Daher ist diese Sprache so schwer zu lernen. Also wenn ein Kind wissen will, was sagen wir Arbr heißt, dann sagt man es ihm in seiner Muttersprache. Oder man deutet auf einem Baum. Das heißt, man geht zu einer anderen Sprache. Oder man verwendet außersprachliche Mittel. Aber wenn jemand wissen will, was ein Hilbertraum ist, dann kann man es nur binnenmathematisch erklären. Hier wird also jahrelanges Training vorausgesetzt. Das baut seinerseits wieder auf der Abrichtung. Das ist Wittgensteins Ausdruck. Auf der Abrichtung, die in der Volksschule und eigentlich schon davor eingesetzt hat. Also beim Beweisen werden Sätze auf andere Sätze zurückgeführt. Beim Definieren Begriffe auf andere. Und irgendwo muss das natürlich ein Ende haben. Das sind die Aktionen. Also das sind dann behauptungen oder Begriffe, die man als gegeben annimmt. Bei der heutigen Mathematik führt diese Formalisierung fast immer auf die Mengenlehre zurück. Das wird dann häufig so dargestellt, als wäre diese Mengenlehre zusammen mit der mathematischen Logik die Wurzel des riesigen, des tausendfach verästelten Baums der Mathematik. Und hier finden sich also die Grundlagen der Mathematik, so wie das im üblichen Sinn, so etwa in Schulingsvorlesung, verstanden wird. Aber Adepten von Wittgenstein könnten einwenden, die Mengenlehre ist ja doch nur ein weiterer Zweig unter vielen. Eine hochspezialisierte Fachdisziplin. Wie viele andere, um nichts bodenständiger als diese anderen Disziplinen. Stimmt diese Wurzelmetapher? Wurzeln dienen doch dazu, dem Baum Nahrung zu geben. Halt! Aber ist das hier wirklich der Fall? Die Grundlagen der Mathematik im Wittgenstein-Sinn sind vielmehr in den Regeln zu finden, die uns von Kindesbeinen an andressiert werden. In diesem Sprachspiel, das über die Jahrhunderte hinweg immer wieder zu Wirrungen und zu Krisen geführt hat, wie alles von Menschenhand. Immer wieder gab es Situationen, wo die gängigen Regeln nicht weitergeholfen haben oder sich als widersprüchlich herausgestellt haben und dann eben passend geändert werden mussten. Zu den Grundlagen in diesem sprachanalytischen Sinn gehört etwa der Zählvorgang. Wie kam es zu der Einsicht, dass zwei Augen, zwei Berge oder zwei Tage etwas Gemeinsames haben, diese Zweiheit? Ist es einem anonymen Genie in einem Aha-Erlebnis plötzlich eingeleuchtet? Das ist unwahrscheinlich, nicht? Und wie ist es passiert? Weiter, wie viele Rechenaufgaben muss ein Kind durchführen, damit es nicht nur die einzelnen Rechenschritte, sondern den Begriff der Rechenregel selbst innehat. Bedenken wir auch, wie lang hat es gedauert, bis sich etwa der Begriff der Funktion herausgebildet hat oder der Begriff der Null oder der Begriff des Programms. Hier entfaltet sich ein Regelwerk langsam, ganz wie von selbst. Das ist ein thứ, was wir sehen uns in den Rückenkampen. Vielen Dank.